Willkommen bei den Gewiebten Gaming-Groos! Ja, hallo, ich bin der Benni, ich bin biologisch 23, Ordnungszahl 79 und über die letzten zwei Jahre, da habe ich es einfach nicht geschafft Mario Strikers Battle League Football zu beenden. Ich sollte diesen Raum verlassen, oder? Yep! Werfen wir doch mal einen Blick auf meine Spiele-Sammlung. Okay, da hätten wir Metroid Prime Remastered. Noch eingeschweißt, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Pikmin 1 plus 2. Okay, auch eingeschweißt, aber ich habe Pikmin 3 Deluxe dafür ausgepackt und zweimal angefangen. Und ich habe Pikmin 4 ausgepackt und einmal angefangen. Seid aber nicht besorgt oder frustriert, wenn das Muster so bleibt, spiele ich Pikmin 1 ganze vier Male. Aber vielleicht ist Pikmin ja einfach nicht so mein Franchise. Genauso wie Splatoon 3. Oder Sinoblade 3. Oder Splatoon 3. Oder Splatoon 2. Vielleicht kann ich ja nur Mario Spiele durchspielen. 2022 habe ich mir Paper Mario The Origami King gekauft. Es war gerade zu einem guten Preis zu haben. Ich habe nur Gutes vom Spiel gehört. Ich habe mich entsprechend sehr darauf gefreut, 2023 dann damit anzufangen. Für unter anderthalb Stunden. Oder Super Mario RPG. Im November frisch erschienen, bestens überarbeitet, super geeignet für Neueinsteiger. Da habe ich innerhalb von unter 89 Minuten dann auch gemerkt. Ja gut, komm. Aber ein 2D Mario geht immer. Was habe ich da schon alles durchgespielt? Super Mario Land, Land 2, Bros, Bros 2, Bros 3, Lost Levels, World. Allesamt mehrfach beendet. Super Mario Bros. Wonder ist nun einer der größten Titel von 2023. Das habe ich doch bestimmt bis zum Ende von Welt 1 gespielt. Was ist denn überhaupt mit meinem Stapel der Schande, den ich mal an Weihnachten aufgestellt habe? Stray für Playstation 5? Nicht angefangen. Portal 2? Nicht angefangen. Super Mario Odyssey? Angefangen. Kommt schon, gibts zu. So ein kleines bisschen Stolz seid ihr jetzt schon auf mich. An diesem Punkt sitze ich hier und bin geschockt, überhaupt meine eigene Geburt komplettiert zu haben. Also hoffe ich zumindest, dass die komplett war. Wo kommt das her, dass ich einfach keine Videospiele mehr beenden kann? Zumindest nicht im richtigen Sinne. Ich habe immer vermutet, dass das ein relativ neues Phänomen ist, dass ich irgendwas auf einer Weltkarte freilege und sofort mein Hormonspiegel mich zur Beendigung der Software nötigt. Ich habe es darauf geschoben mittlerweile viel mehr Zugang zu spielen zu haben als damals. Als ich klein war, ist ein neues Spiel ein Erlebnis gewesen. Nach Monaten der Wartezeit endlich NSMB2 in den Händen zu halten. Dafür bin ich meiner Mutter noch viel dankbarer als für meine sicherlich vollständige Geburt. Und dann hat man diese wenigen Spiele irgendwie auch mehr geschätzt. Es war egal, ob das ein AAA-Titel war oder nicht. Man hat sich vergnügt, weil man es nicht besser wusste. Ich meine, ich hatte für den 3DS vier Spiele als Kind. Mario Kart 7 und Super Mario 3D Land, in beiden Titeln habe ich jeweils um die 300 Stunden. New Super Mario Bros. 2, nicht zu 100% komplettiert, aber immer wieder gestartet, um nach dem Durchspielen quer durch Levels zu tanzen und Sachen auszuprobieren. Und Paper Mario Sticker Star, was ich in Welt 2 abgefeiert habe, sodass ich es im Traum durch... Man, war ich echt schon immer so? Für die Wii hatte ich Mario Kart Wii, über 1000 Stunden. Super Mario Galaxy, als Kind nie beendet. New Super Mario Bros. Wii, hunderte Stunden. Donkey Kong Country Returns, nie beendet. Super Mario Galaxy 2, hunderte Stunden. Mario Party 9, vielleicht beendet? Keine Ahnung, kann man Mario Party 9 überhaupt beenden oder läuft es seit 11 Jahren ununterbrochen auf meiner Wii? Ihr merkt schon, dass es immer dasselbe Prinzip ist. Wenn überhaupt, habe ich mir einfach nur meine 5 Spiele oder so rausgepickt, die ich bis auf die letzte Zitzenfalte gemolken habe und den Rest dann so als Zeitvertreib mal angemacht, wenn das 50. Mal Level 2, 3 zu spielen langweilig wurde. Nur da ich damals viel weniger Spiele hatte als heute, war das Problem weniger auffällig. Manchmal erwische ich mich dabei, wie ich Interesse an einem Spiel entwickle, mich nach der Länge erkundige und mir schon bei 15 Stunden denke, oh, ehrlich, ich könnte in der Zeit so viel anderes machen. Ich könnte schlafen im Straßenverkehr 1% der Zeit. Ich rede mir bei so Spielen, die kürzer sind als die Lebenserwartung meiner Verkehrsteilnehmer, gern ein Uh, das ist so ein Commitment! Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, einen sch*** Samstag in Balan Wonderworld zu stecken. Offensichtlich habe ich aber kein Problem damit, über Monate meines Lebens Yoshi in einem Donut mit Masern anzustarren. Da fällt mir ein, ich könnte in den 15 Stunden auch mal zum Arzt gehen. An sich könnte es mir egal sein. Ich bin dann halt kein Variety-Gamer, wie es die Bunte oder so ausdrücken würde. Ich picke mir eben immer meine kleine Handvoll Spiele, genieße diese dann in vollen Zügen und die Welt steht im Gleichgewicht. Plus ich spare mir das Geld, all diese Spiele zu holen, die ich nur für Minuten teilweise überhaupt starte. Aber ich habe trotzdem Interesse an all diesen Spielen. Ich will deren Charaktere kennenlernen, das Gameplay erleben, wissen, was diese Spiele besonders macht und das nicht immer nur über Reviews oder Wiki-Einträge mir zusammen puzzeln. Was also stoppt mich? Naja, wir können schon mal eine Abspannallergie ausschließen. Immerhin habe ich dieses Jahr schon Super Mario Bros. 3 beendet. So wie jedes Jahr. Am Genre kann es ja eigentlich nicht liegen. Ich scheitere an Super Mario RPG, aber Goof Troop wiederum beende ich tausendfach. Die beiden Wario Wares für Switch haben mich kaum gereizt, aber Smooth Moves for the Wii habe ich als Teenager nachgekauft und komplettiert. Ungefähr 900% meiner durchgespielten Titel sind Mario Jump'n'Runs und Mario Wanda, das neue Wunderkind. Da weiß ich nicht mal, was Welt 2 überhaupt ist. Es könnte die Aufforderung sein, Buchstaben zu schmökern, ich weiß es ja nicht besser. Ich kann es mir wirklich nur noch mit der Spielzeit erklären. Vergessen wir mal kurz, was dreistellige Zahlen sind. Die meisten Spiele, bei denen ich kein Problem habe, sie durchzuspielen, sind an einem Nachmittag durch. Eine Ausnahme ist da vielleicht Super Mario Galaxy 2. Naja, dann war es halt ein Sommernachmittag. Es ist so komisch, denn für manche Spiele kann ich so einen extremen Hyperfokus entwickeln. 133,6 Stunden in Crash Day Redline Edition. Nicht nur ist das so ungefähr das 40-fache der Kampagnenlänge, wenn man fix ist. Und man würde hoffen, nach 133 Stunden bin ich das. Sondern Redline Edition ist ein Remaster eines Spiels von 2006. Ich will meine echte Spielzeit also gar nicht wissen. Dass mich 15 Stunden dann bei anderen Titeln vor so eine schier unlösbare Hürde stellen, ist somit also etwas, was ich selbst nicht kapiere. Aber aus der Selbsthilfegruppe wurde ich ja rausgeekelt, also muss ich mir jetzt irgendwie alleine helfen. Okay, ich möchte mehr und vor allem mehr verschiedene Videospiele erleben. Aber ich krieg's nicht hin. Wie lösen wir dieses der Strenge eines Kriegsverbrechens ähnliche Problem? Na, ich könnte, um drüber nachzudenken, erstmal meine tausendste Runde Rocket League spielen. Nein, Spaß, könnte ich nicht. Ich habe schon über tausend Runden. Ich habe so einige Sachen schon probiert. Ich habe zum Beispiel probiert, mir einzureden, dass Videospiele nicht so wichtig sind und ich mir einen Job suchen sollte. Das klang zunächst nach einem soliden Plan. Dann habe ich gemerkt, dass ich im Oktober versehentlich Mario vs Donkey Kong vorbestellt habe und mir gedacht, für solche Momente lebe ich. Sowas gebe ich nicht einfach auf, um Anwalt zu werden. Okay, wie wär's damit? Ich nehme mir die Videospiele vor, als wären sie mein Beruf. So, von 16 bis 18 Uhr steht morgen eine Schicht Dragon Quest 11 S Streiter des Schicksals Definitive Edition an. Das Spiel hat mehr Silben als mein Lebenslauf. Sich so Zeitfenster zu geben, in denen man ein Spiel auf jeden Fall zu spielen plant, klingt diszipliniert, bis man merkt, dass man gerade seine Freizeitunterhaltung strikt reglementiert und fast schon gatekeept. Was, wenn mir um die Uhrzeit doch nach einem anderen Spiel ist? Soll ich mich dann zwingen zu einem Videospiel, auf das ich in dem Moment wenig Lust habe? Oder soll ich mich schlecht fühlen, weil ich mich gut fühlen will? Wie wär's mit nem Zufallsgenerator, in den ich all die Spiele, die ich mir irgendwann mal gekauft hab, reinschreibe und dann wird zufällig ausgelost, was ich als nächstes durchspielen muss, bevor ich ein anderes Spiel anfange. Damals, als ich mir Videospiele quasi nur wünschen und fast nie selbst kaufen konnte, hat das ja auch irgendwie geklappt? Das hab ich jetzt noch nicht probiert, aber ich hab Angst, dass ich mir ein Spiel erwürfle und mir dann selbst einrede, dass ich ja nochmal würfeln könnte, um vielleicht ein anderes Spiel zu bekommen? Ihr merkt schon, mit mir zusammen zu leben muss eine echt geile Erfahrung sein. Okay, wie wär's damit? Ich erzähl der ganzen Welt, was ich angefangen habe, sodass, wenn ich einen Abbruch zugeben muss, es mir richtig unangenehm sein wird und ich dadurch die Disziplin aufwende, das Spiel durchzuziehen. Ich hab euch ohne Scham ins Gesicht gesagt, dass ich Mario Wanda am Anfang abgebrochen habe. Ich glaub, ich bin mittlerweile einfach abgestumpft. Und es bringt mich so langsam zur Verzweiflung. Okay, was wird die Bunte als nächstes über mich schreiben? Natürlich will ich mir keinen Stress machen, wenn's ums Zocken geht, aber so wie aktuell kann's nicht weitergehen und ich bin ja offensichtlich unzufrieden. Vielleicht muss ich die Spiele, die ich dieses Jahr durchspiele, einfach mal tracken. Machen auch andere so. Was haben wir denn da bisher? Super Mario Bros 3 für Super Nintendo, gefolgt von Super Mario Bros 2 und Super Mario Bros The Lost Levels und Super Mario Bros. Geile Bilanz bisher, so viele neue Erfahrungen. Zu meiner Verteidigung, ich hab kürzlich mit Ocarina of Time angefangen. Die krustige, kratzige N64-Version. Und ich komm bisher gut durch. Mein minus 2-jähriges Ich wünschte es, zum Launch-On gespielt zu haben. Das Spiel ist charmant wie Sau. Es hat genau die richtige Menge Brokkoli-Mädchen für mich. Hätte ich die 3D-Version nehmen sollen, ja hätte ich, aber die alte Version hat ihren eigenen Flair. Ich mag's. Mit dem Gedanken dieses Jahr dann das erste, für mich neue Videospiel durchgespielt zu haben, ist auch eine gute Motivationsquelle vorhanden. Und das Beste ist, wenn Ocarina of Time durch ist, kann ich ohne Gewissensbisse Skyward Sword spielen, was ich mir 2024 gekauft habe, ohne je New Pokémon Snap ausgepackt zu haben. Achja, Pokémon ist ja auch noch ein Franchise mit Spielen. Jetzt mal ehrlich, wie bleiben Normalsterbliche bei mehr als 5 Franchises auf einmal auf dem Laufenden? Ich krieg nicht mal New Pokémon Snap auf und Leute da draußen fangen schon an, sich über Franchises zu unterhalten, die für mich nach Tütensuppen klingen. Verpasse ich wirklich so viel Gaming-Content? Ich mein, OOT ist für mich neu, also scheinbar ja. So kann ich mich gar nicht richtig Core-Gamer schimpfen und das, obwohl ich nichts Produktives für die Gesellschaft leiste. Ich ändere das dieses Jahr. Das habe ich jetzt einfach so entschieden. Diesmal stelle ich mir keinen Stapel der Schande auf. Dieses ganze Konzept eines Backlogs funktioniert für mich bei Videospielen einfach nicht so gut wie bei Steuernachzahlungen. Ich möchte nicht eine Liste abarbeiten müssen, die mein Vergangenheits-Ich stumpf aufgestellt haben würde, weil, äh, es gehört zum guten Ton, Super Metroid irgendwann durchgespielt zu haben. Dann haben wir wieder nur das Gatekeeping-Problem. Wenn wir Oktober 2024 haben und ich erfahre, ich habe nur noch einen Tag zum Leben, soll mein erster Gedanke nicht sein, oh nein, ich habe mir Portal 2 dieses Jahr wieder vorgenommen und ich habe es noch nicht gespielt. Also, außer das ist meine Todesursache. Wisst ihr was? Ich sch*** auf irgendwelche Strategien. Ich lasse mein Bauchgefühl entscheiden, auf was ich Bock habe und dann versuche ich dieses Bauchgefühl aufrecht zu erhalten. Und sollte das irgendwie doch mal nicht klappen, habe ich immer noch Dulcolax für den Fall der Fälle. Ich werde mir einfach immer ein frisches Spiel aussuchen, abhängig von meiner Laune in dem Moment. Dann dieses Spiel anfangen und primär da dranbleiben. In der Hoffnung, so irgendwie wieder dem Gaming die Magie zu entlocken, die es über 2023 irgendwie für mich verlor. Somit könnte man zwar auch sagen, ich habe jetzt minutenlang gestänkert, ein Gaming-Problem zu haben, mir selbst alle logischen Lösungen dafür ausgeredet und sage jetzt, ich laufe einfach weiter blindlings geradeaus, ohne einen besseren Plan als vorher erwirtschaftet zu haben. Und das stimmt vielleicht auch. Ihr könnt euch denken, was das heißt. Zeit, die 10.000 Runden zu erreichen, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020